Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TAKTOW! Waaaah! Hallo Nidos! Und seriös wie immer Machen wir weiter Ich muss ein paar Reinforced Stones heute basteln Ich glaube du bist geschockt von mir selbst oder? Ja Kann ich verstecken Wo bist denn du? Ich bin unten direkt schon Wo ist denn unten? Ja unten ist unten Wir haben übrigens 5.000 Tin und 5.000 Copper So muss das So muss das Lass mal ein bisschen scheißig abladen Das brauchen wir denn da alles nicht Alter röst doch bitte auf Ich hab dein Bett Oh und ich hab eine Nachricht bekommen Yay! Ich hab dein Bett aus Versehen weggeschossen Toll! Jetzt hab ich keinen Spawn mehr Wer ist das denn? Ah jetzt auf jeden Fall nicht Im Ton ausschreiben Ne warte mal so viel brauchen wir ja gar nicht Ich brauch nur Cupcake So viel Und jetzt schreib mir nochmal Yeah Können noch ein bisschen Coverstone schmelzen Player Ey du machst Sachen Der Rotary legislator ist mir zu langsam Nee, da kann man noch Overclocker-Upgrades reinhauen. Aber ich will mich nicht beschweren. Willst du mal eine MFSU was denn, damit du was zu tun hast? Was? Nee, MFSU kannst du schön alleine machen. Alter, mach eine MFE wenigstens. Ja, okay. Nein, mach eine MFSU. Mach zwei MFEs und nicht upgrade die dann, okay? Wieso denn zwei? Wofür denn überhaupt? Ja, wenn wir mal wieder drei MFSUs haben, die hatten wir ja früher auch, Mann. Ach ja, früher war das besser. Ich guck mal grad nach dem Autofeeder. Während das so ein bisschen MFE... Selber Motto. Oh, das donnert, warte. Das muss ich angucken. Das muss ich angucken. Mach doch davon ein Screenshot, wenn's donnert. Regnet's draußen? Ja, ja. Hat hier eben gedonnert. Ich werd andauernd angeschrieben. Ja, du bist voll beliebter da. Ach, ach, das... Ach, der ist das. Oh. Haben wir noch... Refund Iron. 18. Nee, dann mach ich lieber... Iron. Schmelt sich doch lieber durch. So, bitte mehr Iron. Danke schön. So, einmal hier rein. Und nochmal Kupfer. Habe ich den... Ah, zu laut. Krank sein. Was? Wer ist schlank? Ja. Ja. Genau der. Ich bin schlank. Ähm... Ja. Ich hab... Ich hab... Was willst du mir mitteilen, mein Sohn? Äh... Irgendwelche... Ach, MFE sollte ich wollen, genau. Wichtig! Ja, hab ich immer noch nicht mit angefangen. Ich weiß nicht mal wie das Ding geht. Das ist schlecht. Du bist schlecht. Sooo... MFE. Haben wir keinen mehr. Und ein Control Circuit. Okay, ich brauche Gold. Goldkabel. Ach, sehr easy. Sehr easy. Davon haben wir sogar noch welche. Appala. Direkt wieder weg. Ich liebe das System. Ich liebe es einfach. I love it. Äh... Rubber. Haben wir nur Rubber? Nö. Bestell ich mir. Ein Stack. Ja. Wird gleich durchgeschmolzen. Also... Das System war die beste Entscheidung ever. Ja, echt so. Okay, so 14. Ich brauche 8. Ich brauche 8. Und... Verdammt, mein Rubber reicht nicht. Lol. Zack, 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 zack. Ein Control Circuit. Und dann haben wir den... Mh? Mh? Brauche ich 8 Diamanten. Ne, halt. 2. Ne, halt. Doch 8. Bottom, left. Most food item von mir inventory. Okay, dann nehmen wir das und gucken mal was das macht. Also mein... Anzug sollte mich jetzt automatisch mit Essen versorgen. Alter, ich hasse den Regen. Können wir den ausstellen? Nein. Na. Erst wenn du, äh... Ja. Ne Screenshot von dem Blitz gemacht hast. Nein. Los. Das leckt. Verdammt. So. Warte mal. Ich mach hier erstmal ein bisschen Bronze. Ach. Und beim Keller leckst du nicht. Ich bleib hier in meinem Bunker. Mein Bunker ist cool. Bei MFE ist es fertig. Pack ich dir ins System. Yay. Kannst du MFSUs draus machen. Nö. Haben wir noch eine Overclocker? Haben wir noch eine Overclocker? Ne, haben wir nicht. Hab dich vorhin auch gebraucht, aber... Ich bin rich. Okay. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das können wir weg hier. Alter, hier läuft gerade irgendeine schwule Scheiße im Hintergrund. Ich weiß nicht was. Aber... Ich, äh... Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es so genau wissen will. Ja. Ich brauch noch mehr Iron. Wir brauchen mehr Iron. Dann müssen die Crary dann echt breit aufstehen. Ach ja. Wie sieht es jetzt mit dem Öl da aus? Kannst du mal nachgucken. Ja, wenn es hier nicht so laggen würde. Äh... Klingt nur, weil es regnet. Okay, jetzt wächst es bei mir nicht mehr. Doch, jetzt wächst es wieder. Ne, lol. Boah, das ist schrecklich. Alter, haben wir schon viel Öl, ey. Ja, die Pumpen laufen auch mittlerweile schon auf grüner Stufe. Das heißt, die werden jetzt auch immer schneller. Ja, ich merke es hier. Loll. Alter. What the hell? Okay, das ist viel. Das ist gar nicht schnell genug, um das alles hier rauszupumpen. Die ganze Zeit aus der ersten. Ja, stimmt. Ich mach das hier grad manuell mit einem Eimer. Ja, brauchst du aber nicht. Das macht sich dann nach und nach. Äh, was würd ich jetzt machen? Achso. Du riechst mich voll aus dem Konzept. Und in meinem Keller lerkt sogar auch noch. Alter. Ja. Oh, jetzt geht's wieder. Okay. Äh, dann. Das ist Bronze. Also. 44 mixt. Metal ingot. 44? Ach du Kacke. Jetzt muss ich doch Overclocker abgerichtsbar. Hm, mal vier Stück davon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Electronic circuit. 10 Kac. Coding cell. 4 mal 3 ist 12. War erst mal 12 Zellen. Cell. Haben wir hier. 12 hab ich gesagt, oder? Oder, oder, oder? Ja. 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 Ich hab dir grad auf jeden Fall zugehört. Hast du. Ja. Geh ich von aus, geh. Nein, du hast mir nicht zugehört. Ich hab irgendwas gerade gehört. Ich weiß nicht mehr was das war. Ja, das ist auch nicht mal. Ich muss mal das nicht weitermachen. Das geht mir grad so auf den Sack. What the fuck. Hey, das ist geil. Das ist voll groovy jetzt so, weißt du so. 70er Jahre Style. Nein, nicht ganz. Jetzt kommt's. Okay, jetzt kommt das große Craften. Kannst du in mich mal bitte Kuppercabel reinwerfen? Isoliert oder? Isoliert Warte ich kann es auch machen Oh 50 Kofferkäbel Ich hab 64 Kofferkäbel Okay, die reichen auf jeden Fall Es muss doch auch gute Lieder in meiner Playlist geben Dürfen die reichen? Ne Oh noch ein paar Der Rubber reicht nie ne Das System ist dauernd hier am Rubber kraften Wir müssen auch heute wieder neues Holz zu hin, fürchte ich Ja Sieht aus Wir haben noch 281 Rubberwood Also wird eng Wird eng Okay Ich hab schnell mal 4 Overclocker Upgrades gebaut Easy weißt du Hä? 4 hast du aber schon schnell gemacht Ja Geil Ich bin halt Syrupel Ich kann nicht Ich bin Redestimiert Schnellfessel Ähm Ja So Hau mich mal Aber nicht mit diesem Schuss Ich glaub ich hab schon überhaupt keine Rüstung Halbes Herz Hau mich auch noch nicht schwer Können wir hierüber taunen Anderthalb Wow 4 Herz Okay Wieso hast du keine Rüstung mehr? Weil ich den Helmrad scharke So Strange Sehr strange Gar nichts Halbes Herz Easy Hey ich seh immer dein Schwing Wenn ich dich haue Ja ich weiß Da packt die Rüstung ein bisschen Von mir nicht Also was auch wirklich immer ist Was ich Phipps übrigens noch bauen muss Das müssen wir auch irgendwann jetzt machen Die Quantum Armor Muss ich Phipps jetzt bauen Weil ich hab seine Komplett zerstört und versenkt Hat der nicht schon eine? Ja ich hab seine Komplett zerstört und versenkt Oh So nett war ich Ähm Naja Es war mehr oder weniger ein Unfall Ist das da explodiert oder wie? Was? Bei ihm ist die komplette Hauswand Da wo seine Maschinen standen weg Äh ich weiß nicht mehr was passiert ist Es war ein tragischer Unfall So hab ich das zumindest deklariert Also ich weiß ja nicht was er meint aber Tragischer Unfall Auf jeden Fall ist sein MFSU weg Ach ne der ist noch hier Naja es war auf jeden Fall nicht so geil So ich hab 3 Stacks Reinforced Stone Wir müssen jetzt eine neue Boah Ich mach den Ring jetzt aus Fick mich Boah Steht übrigens auch im Chat jetzt äh äh 8 item porkchop.cookit Okay Gut zu wissen Gut zu wissen Ähm Ja Ich hab kein Plan was ich jetzt noch machen soll Ich würd eigentlich an meinem Haus weiter rum basteln Jammer top Ich weiß nicht was Du kannst äh Da Den Den Frame im Prinzip Also wo die Kiste dann rein so die Black Coaches Den kannst du bauen Guck mal So wie hier Guck mal hinter Hier ist hier die Black Coaches drin In der Größe Aber es muss Ja Macht 3 Macht 3 Ausgänge frei Bitte hier Ich hab 98 Seiten Alle von Cobblestone Hier äh da liegt ein Ringforced Stone neben mir Äh Hallo Hä? Und wohin? Ja da wo ich eben das neue Haus gebaut hab Da kommt die neue Black Coaches hin Achso ich dachte das wird dein Haus Nein Mein Haus Du bist doch viel zu klein Ja deswegen hab ich hier auch gewonnen Erstmal so grundsätzlich Ja Okay wir haben nur noch 2 Diamanten hin Aber wir können ja aus Gold ein bisschen was craften Ah Hab ich jetzt hier Minium Stone weggelegt? Ja ich glaub schon Dauert einfach so verdammt lange ey Ja Was denn? Ja hier den blöden Scheiß hier zu chargen Warte mal Versuch's mal in MFSU zu In meiner Äh Was ist das überhaupt? Perflicht Ich weiß gar nicht was es ist Ich charge den Mist nie wieder in dieser blöden Bank da Ja aber die ist schneller als die MFSU Ne Doch Ohne Scheiß Keinen Fall Ist echt so Ich hab eben äh Ich hab eben äh Das Ding da versucht Und dann äh 2 Diamanten Blöcke Dauerte das ewig Und dann hab ich das äh Ne? Black Hole Chest So Ich musste das eben äh In meiner Config aktivieren Die Black Hole Chest ist nämlich standardmäßig ausgeschaltet Ja Äh Das Ding was du da vorne gebaut hast Genau Du baust jetzt noch eine zweite Okay Nein nein äh Wir brauchen keine zweite Ich lager jetzt gleich die Items alle um Das heißt du kannst gleich 98 Seiten an Items Durch die Pipe da flauen sehen Oh mein Gott Jetzt muss ich aber natürlich zunächst mal alles vorbereiten Denn ohne Vorbereitung wird das scheiße Ich bau die hier Äh wie lange geht die Folge noch? Äh wir können jetzt eigentlich Schluss machen dann machen wir das in der nächsten Folge Okay Wir brauchen noch something Something Mach mich mich vor der äh Like a boss Like a boss Ne warte mal was haben wir denn in dieser Folge gemacht Mach das mit dem Öl oder? Ja das da Ja auch unter anderem Oh die Öltanks Ja echt mal Dann mach mich vor dem Öl Los Sei ein Ölboss Sei ein Scheich Mach einen auf Scheich Los Warte Ich muss fliegen Nein 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 So Warte ich bin eh Okay Warte so warte 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 Mach so Yeah Like a boss Screenshot Ah Piu 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 Dann bis zum nächsten Mal Leute Wir sehen uns Bye 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 Out At